Also, nach vielen Umläufen der großen, hellen Scheibe tauchten allmählich Herden mächtiger Tiere auf. Die Langhälse, die Dornenschwänze, die Dreihörner. Jetzt seid endlich ruhig, sonst wird Tante Cera böse, habt ihr verstanden? Oh, Tante Cera klingt stark. Das reicht jetzt, Kinder. Was ist dann passiert, Großvater? Einige dieser Herden entdeckten auf ihren Wanderungen den fruchtbarsten und schönsten Ort der ganzen Welt. Das große Tal! Ja, alle lebten fröhlich und unbeschwert im großen Tal. Bis eines Tages Scharfzahn kam. Aber das war nicht irgendein Scharfzahn. Das war der größte, gemeinste, hinterhälteste Scharfzahn, den es je gegeben hat. Und als die Langhälse dachten, dass sie jetzt Rettungsstoß verloren seien, erschien der einsame Dinosaurier am Horizont. Wer? Wer? Der einsame Dinosaurier. Aber was ist ein... Psch! Der Kampf dauerte Stunden. So etwas hatte es noch nie zuvor gegeben. Ein einziger Blattfresser, der es mit einem Scharfzahn aufnahm. Unglaublich! Aber dann! Oh, oh, oh. Ja! Warte! Komm zurück! Komm doch zurück! Und genauso plötzlich, wie er erschien, verschwand der einsame Dinosaurier wieder. War's das schon? Er ist einfach weggegangen. Und niemand hat ihn jemals wiedergesehen? Nicht ganz. Es passierte kurz nach der Niederlage des Schafzahns. Oh, mein Irrweg! Oh, nein! 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 Und so nannten sie ihn Saurierfelsen. Es gibt ihn heute noch. Und an manchen Tagen, wenn der Wind den Nebel wegpustet, dann könnt ihr ihn sehen. Er wacht über das große Tal. Genauso wie es der einsame Dinosaurier getan hat, damals vor vielen, vielen Jahren. Es heißt, wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man sogar einen Ring von Zähnen um seinen Hals herum. Sind das richtige Zähne? Ja, man erzählt sich, sie würden von dem Schafzahn stammen, der damals gegen den einsamen Dinosaurier gekämpft hat. Oh! Es heißt doch, in manchen Nächten kann man den Geist des Schafzahns umherwandern sehen. Auf der Suche nach seinen verlorenen Zähnen. Oh! Diesen Teil der Geschichte habe ich noch nie gehört. Man sagt allerdings, wenn der Saurierfelsen jemals zerstört werden sollte, dann wird das große Tal vom Pech verfolgt werden, jawohl. Glaubst du, das ist alles wahr, Großvater? Haha, was soll ich sagen? Das ist ein tolles Abenteuer und eine wunderbare Geschichte. Und außerdem ist es schon beruhigend, dass da draußen ein einsamer Dinosaurier umherstreifen soll, der über uns alle wacht. Ich muss mit dir schimpfen, mein Lieber. Erzählst du den Kindern schon wieder deine Gruselgeschichten ausgerechnet, bevor sie schlafen gehen? Nein, das heißt eigentlich nicht, wieso. Ich wollte nur... Ja, ja, ich weiß schon, es ist spät und höchste Zeit für die Kleinen ins Nest zu gehen. Morgen wird wieder ein langer Tag.